hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video wir machen heute eine überraschung und zwar haben wir dafür fruchtzwerge gemischt wir machen da jetzt noch einen schuss körperpulver rein einen löffel und werden dann aus dieser schokolade hier eine herzform so also und noch drei kerzen beginnen wir gleich mal den körper in den fruchtjoghurt so dann nehmen wir uns schokolade und machen ein herz raus so da kommt ins herz unsere früh unsere wasser rein und dann noch schoko flips so so hallo jetzt fertig ist die überraschung und ja viel spaß beim nachmachen das rezept schreibe ich euch wie immer in die infobox bis zum nächsten mal euer creeper d'agost tschau so